Im Gegenzug zur deutschen Einheit verspricht der Westen, die NATO nicht weiter nach Osten vorrücken zu lassen. In Washington macht der damalige Außenminister weitreichende Zusagen. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Wie gesagt, wir haben uns, nach dem Fall der Berlin Wall, dass es keine NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen. to the east, yet it started immediately after that. Two waves of NATO expansion. Isn't that a wall? Okay, they didn't dig trenches, but this wall is a virtual one, and they started creating it. How about the anti-missile defense system near Russia's borders? Isn't that a wall as well? You have to understand that they, the West, didn't stop after the Berlin Wall. This is the most important problem for today's international relations. Our partners didn't stop. They decided that they are the winners, that they are the new empire, and all the rest are vassals who have to be pushed to the ground.